Wie versteht ihr die 2. Korinther 6,14? Lest gerade mal 2. Korinther 6,14 bis Vers 18. Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, in Klammern Satan, überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ich muss eben nochmal aufschlagen, wir sind im 2. Korinther, Kapitel 6. Und es ist nämlich, dieser Kontext ist auch sehr interessant, dieser ganze Abschnitt. Es geht ja wie gesagt um 6,14. Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Das ist die Kernaussage. Aber wenn man den ganzen Abschnitt hier, Kapitel 6, ab Vers 11 bis Kapitel 7, Vers 3 anschaut, dann kommt da drin fünfmal das Wort Herz vor. Es geht Paulus um das Herz der Korinther. Ja, auch da wieder diese Liebe. Paulus hat ja als Apostel von Jesus selber die Autorität gekriegt, zu bestimmen, Sachen festzulegen, Sachen einzutüten und sagen, so und so und so geht es. Aber er wendet sich ans Herz der Korinther. Und in der Quintessenz geht es einfach darum, dass sie sich einen geraden Weg wählen. Paulus versucht, die Christen in Korinth auf die richtige Spur zu bringen. Ja, ihr Herz wieder in die richtige Richtung zu lenken. Wir wissen ja, im ersten Korintherbrief, da schreibt der Paulus einiges, was den Korinthern wahrscheinlich nicht so gepasst hat. Er tadelte ziemlich stark in Kapitel 3 ihre Unmündigkeit, ihre Parteiung, Paulus gegen Apollos, was da aufkam, dieser Streit. Kapitel 4 ihre Überheblichkeit und Aufgeblasenheit, Kapitel 5 Unzucht in die Gemeinde, Kapitel 6 Rechtsstreit unter Christen, Kapitel 11 schlechtes Verhalten beim Abendmahl, wo er sie zurechtweise und in Senkel stellt, auf gut Deutsch. Und Gott versucht durch Paulus, ihr an das Herz zu appellieren, einfach einen geraden Weg zu gehen. Nicht mit dem fremden Joch, was heißt denn das? Ganz praktisch gesehen, wir haben vorhin schon ein bisschen darüber diskutiert. Das kann sein, dass ich mich im privaten Umfeld, mich von Freunden oder so löse, dass ich aus dem Verein rausgehe, da wo nur gesoffen wird und blöde Witze oder schmutzige Witze gemacht werden. Das kann auch sein, dass es auf der Arbeit, dass ich mich ein bisschen separiere von meinen Kollegen. Das kann auch in der Familie manchmal zum Bruch kommen, wo Leute nur unflätig sind, Streitereien, vielleicht sogar Prügeleien anfangen. Das kann alles damit zusammenhängen. Wir sollen diese Leute meiden. Wie es auch in Psalm 1 heißt, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über seinen Gesetz nach Sinn Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und so weiter und so fort. Das ist damit gemeint. Wir sollen weggehen. Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Oder wie wir gesagt haben, wenn du Geld verdienen willst als junger Kerl vielleicht, untersuch dir als Christen einen Geschäftspartner. Einen Ungläubigen? Das sollte man nicht machen. Einen Ungläubigen Ehepartner, Ungläubige Freunde und Freundinnen sollte man nicht machen. Das geht alles genau in diese gleiche Richtung. Und der Paulus führt es an anderen Stellen nochmal weiter aus. Weil es zieht uns alles von Gott weg. Es hält den Segen von uns weg. Es zieht uns vielleicht letztendlich komplett von Gott weg. Und es verunehrt Gott letztendlich. Und dient nicht zu unserem Heil und nicht zu unserem Frieden und nicht zu unserem Segen. Karl? Ja, was Paulus hier in diesem Vers hier angeht, der geht ja als Beispiel von 5. Mose 22, 10. Du sollst nicht mit einem Rind und einem Esel zusammen pflücken. Ja, weil der Ochse war ein reines Tier und der Esel war ein unreines Tier. Und du kannst mit den beiden nicht zusammen pflücken. Warum? Weil die haben ja verschiedene auch Zugkraft, aber auch verschieden groß sind sie ja auch. Ja, und die haben ja verschiedene auch Kraft. Und du kannst ja den nicht zusammen einspannen, dass sie dir zusammen ja die Arbeit verrichten. Paulus, in diesem Abschnitt ist ja wahrscheinlich die Schlüsselferst von dem, was im Wort Gottes von Absonderung gesprochen wird. Im Neuen Testament für uns Christen jetzt, wie wir uns absondern von der Welt. Wir können nicht aus dieser Welt herausgenommen werden. Wir können ja auch nicht dieses Askettenleben da führen, ja, indem wir uns ja jetzt irgendwo isolieren von der Welt. Aber mit der Welt mitzumachen, das, was Thomas gesagt hat, das sollten wir nicht tun. Oder wenn es jetzt bei jungen Menschen an Heirat ansteht, man muss nicht bei dem Fremdenjoch ja mitziehen. Nicht uns unterjochen lassen mit Fremden, ja, mit einer Glaubensgemeinschaft. Wenn wir in gleichem Glauben stehen, wird das viel leichter im Leben sein, ja, auch dem Herrn nachfolgen, aber auch diese Familiengestaltung. Wenn wir verschiedene Ansichten haben auf das Wort Gottes, auf unserem Glauben, dann werden wir ja auch, ja, wir können ja gar nicht zusammen dann ziehen in die gleiche Richtung. Uns umgestalten in Jesu, ja, Ebenbild. Das werden wir ja nicht schaffen, wenn wir diese Einsicht nicht teilen. Da wird ja immer Diskussionen geben und immer auch zu führen. Entweder schließt man Kompromisse dann oder man geht dann Irrwege in solchen Sachen. Und Paulus will ja, dass uns das ersparen. Er möchte ja, dass wir ja nicht an diesem Fremdenjoch ziehen, nicht mit den Weltmenschen mitmachen. Wir sollen die lieben, wir sollen die zu Jesus führen oder von Jesus ihnen erzählen. Aber das, diese bösen Sachen, was die machen, diesen Mammon, was die anbeten oder auch diese Ungerechtigkeit, was in dieser Welt passiert, da sollen wir nicht mitmachen. Was wird denn in dieser Welt gepredigt? Egoismus, ja, Ellenbogengesellschaft, du musst nach vorne gucken, du bist was wert, ja, und da, das stört ja, zerstört unsere Beziehung zum Herrn. Wenn wir uns diese Eigenschaften aneignen und das, was ich ja auch schon am Sonntag in der Predigt gesagt habe, ja, wenn wir das nicht zulassen, dass Jesus uns umgestaltet, dass Jesus das Alte von uns wegräumt, ja, dann können wir ja gar nicht diese Trennung durchleben, diese Trennung von der Welt, das nicht am Fremdenjoch zu ziehen, ja, wir sollten, wir sollten mehr mit Jesus Zeit verbringen und uns ja auch, dass Jesus in unserem Herzen Ordnung schafft, dass er ja auch, dass er ja uns ja in sein Ebenbild umwandelt. Und dann werden wir Glück haben im Leben, dann werden wir Segen erfahren, ja, wir sind dann Menschen, die diese Welt auf uns keinen Einfluss hat. Diese Welt hat Angst. Ich habe ja gestern gerade gesprochen mit dem Mitarbeiter von der Firma, die uns hier Lamellen gemacht haben und die sagen ja auch, wo geht das hin? Überall Krieg in Europa, in Israel, jetzt Kriege, die haben Angst. Ich habe ja gesagt, ich habe keine Angst. Naja, warum? Naja, weil das Schlimme, was passieren kann, ist für mich Glück, weil ich hoffe auf ewiges Leben. Ich lebe ja mit Jesus und wenn er kommt, ja, und mich abholt von dieser Erde, dann ist es doch gut. Dann habe ich ja nicht dieses kurze Leben hier auf der Erde, sondern die Ewigkeit, wo ich mich freuen kann, wo keine Kriege gibt, kein Tränen gibt, kein Leid, keine Krankheit, nichts. Ja, und das erwarten wir. Wir haben eine Hoffnung. Ja, aber das haben wir ja nicht. Naja, was stört euch dann, diese Hoffnung zu bekommen? Kommt am Sonntag zu uns, ja, lernt Jesus kennen und ja, der wird ja auch gnädig sein. Ja, und so ist es, aber die Welt hat einfach Angst, ja, und das, was zukommt, das, was in Politik geschieht, alles macht den Menschen nur Angst. Und dann können die ja auch nicht glücklich sein im Leben. Die können ja vielleicht irgendwann einmal ein bisschen abschalten, aber wir haben doch diese Hoffnung zu Jesus und dann sollen wir uns da absondern. da nicht mitmachen bei diesen ganzen, ja, ich würde sagen, ja, Veranstaltungen, kann man da gar nicht so nennen, ja, weil da gibt es ja auch gute Veranstaltungen, ja, auch in dieser Welt. Nur, nur, das, was den Herrn nicht ehrt, da sollen wir uns Pferden halten. Ja. Genau. Ja, hast du noch was? Aber mir ist nur eben, als du gesprochen hast, noch das eingefallen, wir haben ja vorhin schon die Fragen gelesen, ja, wie ist es mit Mann und Frau? Und dass es in der Ehe immer mal wieder zu Unstimmigkeiten kommen kann, weil der eine so, der andere so gepolt und gelagert, ja. Und es ist einfach normal, dass es da immer wieder unterschiedliche Sichtweisen gibt, unterschiedliche Interessen, weil wir einfach unterschiedlich sind. Und wenn wir beide gläubig sind, dann haben wir zumindest mal ein gemeinsames Interesse, nämlich Gott zu dienen und zusammen zu beten. Also ich bete jeden Morgen, ich bin im Homeoffice gerade, kommt die Martina rein und sagt, sollen wir uns zusammen beten? Ja, ich habe gerade Zeit, setze ich hin. Und dann beten wir jeden Morgen miteinander. Ja, für die Familie, für die Gemeinde, für was weiß ich, was gerade so alles einliegt. Und es ist schon mal, du bist zusammen vor dem Herrn und das schweißt zusammen, kann ich nur sagen. Und das fällt dir in so einem Moment schon weg, wenn du einen ungläubigen Partner hast. Ja, und das kommt dann noch dazu. Das heißt, die Unstimmigkeiten, die Verschiedenartigkeiten von Mann und Frau, die sowieso schon da sind, auch wenn beide gläubig sind. Und wenn du dann noch hier einen Schwerpunkt hast beim Herrn und der andere eben nicht, das muss nicht zur Preisprobe geben. Irgendwas bleibt auf der Strecke und das ist meistens der Glaube. Das ist meistens der Glaube und der Dienst vor allem an Gott. Ich kenne auch leider einige Leute schon, die durch Ehepartner, die, keine Ahnung, vielleicht gläubig sind, aber wahrscheinlich eher nicht, die dann ganz weggekommen sind von Gemeinde, vom Dienst und so. Und es ist so schade, wenn du dann siehst, wie die Leute begabt sind und die viel im Reich Gottes machen könnten und dann Segen sein könnten, wie die einfach nicht zur Verfügung stehen für Gott. Ja, die, die, ich meine, im Endeffekt ist es so, wie der Karl sagt, die Leute haben Angst in der Welt und sie müssen sich ablenken. Oft, das, was die Leute so machen, ist ja nichts anderes als Ablenkung. Bier trinken, Alkohol trinken, Disco gehen, Fußball, was weiß ich was, das ist nichts anderes als Ablenkung. Ständige, ständige, permanente Ablenkung. Feste hier, Feste da und tralala und nehmen das mal weg, da brechen die aber zusammen vor lauter Sinnlosigkeit und Depression. Ja, und wenn wir da mitmachen, dann lenkt uns das ja auch ab, automatisch. Muss ja so sein. Geht gar nicht anders. Und deswegen meint uns ja Gott. Er meint sehr gut mit uns. Ja, was man noch dazu sagen muss, ja diese Absonderung von der Welt ja nicht am fremden Joch zu ziehen. Wir haben ja gesagt, wenn die Jugendlichen, dass die ja untereinander sich kennenlernen mit Christen, dass die ja auch. Aber wenn ein Teil, wenn man schon verheiratet ist und ein Teil ungläubig ist, dann muss man dafür beten, dieser Abschnitt gibt kein Recht, dass wir eine Scheidung einreichen. Weil Paulus beschreibt ja auch diese, wenn der Ungläubige möchte mit dir leben, dann musst du leben mit ihm. Ja, und musst du für ihn Beispiel sein, damit er auch zum Glauben kommen kann. Ja, oder damit er zu Glauben kommt. Und deshalb auch diese, in diesem Hinsicht ist, diese zieht nicht am fremden Joch, ja, nicht für die verheirateten Paare. Diese Verse können wir da nicht anwenden. Genau, dann sollen wir den anderen leben und durch unsere Liebe ihn zu Gott ziehen. Steht auch in der Bibel. So ist es. So ist es.